Wo haben wir merkt, dass jetzt wieder Ostern ist? Ganz klar, am Kalender. Okay, das wollten wir jetzt nicht wissen. Man kann auch einfach in die Supermarktregale gucken, denn da steht alles voll mit Osterhasen und Ostereiern und die versteckt man dann und findet sie erst nächstes Jahr unter dem Sofa wieder, aber das gehört jetzt sicher her. Heute machen wir eine Sondersendung Kinderüberraschung. Und nein, sie ist nicht von Ferrero gesponsert, denn sowas würde ich mir niemals antun. Es gab einfach nichts anderes, was man zu Ostern machen könnte. Zu meiner Enttäuschung gibt es kaum Osterchina-Ramsch, zumindest nicht in den Läden hier. Deswegen bleibt nichts anderes und Kinderüberraschung ist immer wieder gut oder schlecht, je nachdem, wen man fragt. Deswegen habe ich drei verschiedene Kinderüberraschungseier aus verschiedenen Serien. Ein Kinderüberraschungs-Maxi-Ei, was ich schon mal hatte, allerdings in einer anderen Version. Und offensichtlich ganz neu dieses Jahr, hatte ich jedenfalls vorher noch nie bemerkt, einen grinsenden Osterhasen mit einem Überraschungsei im Bauch, was ich ihm unter qualvollen Bedingungen rausoperieren werde. Ich glaube, sein dummes Grinsen wird er dann nicht behalten. Fangen wir aber einfach mal mit der einfachsten Sache an. Ein Überraschungsei mit Frühlings- oder Ostermotiv. Naja, so vage halt. Das ist nichts Besonderes. Aber vielleicht hat es tatsächlich irgendwas österliches drin. Das haben wir mal sehen hier. Auf die Schokolade habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust. Die standen hier leider schon ein bisschen in der Sonne. Sie wird es wahrscheinlich so schmecken wie immer. Was ist denn das für eine komische Art, die zu verpacken ist? Ist das neu? Habe ich noch nie gehabt. Was ist das? Was für ein Zusammenbau? Keine Frage. Und zwar... Go Move! Eine Art Ball, oder? Das sieht aus wie ein Ball. Das sieht aus wie ein Ball. Tatsächlich. Das ist alles so Schrott. Was? Ich verstehe kein Wort. Ja, launching objects other than those provided could face injuries. Do not aim at A's or Faces. Langweilig. Noch eine... Ist das nicht so mal der Seele? Ja, ja. Entend mit Schokolade. Bla, bla, bla. Gut. Also das ist eine Art Ball. Hm. Jump Cut. Na ja, gut. Mit Mühe und Not als Fußball zu erkennen. Wirklich mit Mühe und Not. Stabil ist das sogar einigermaßen. Ich weiß nicht, was das Ganze ist im Überraschungsei zu suchen. Das ist noch nicht mal die Fußballversion der Überraschungseier gewesen. Haben sie sich da vertan, oder was? Wenn es jetzt ein Osterei gewesen wäre. Wobei das wäre vielleicht ein bisschen sehr selbstreferenziell. Das wollen wir mal nicht machen. Also, gut. Ein Fußball. Next. Hm. Och, noch mehr zum Puzzlen? Was ist das? Ein... Warte mal. Ein Beyblade Shogun-Stil. Das packt mir schon Beyblade-Kram da rein. Das wird immer besser. Toll, eine Art Kreisel. Oh, das muss ich zusammenbauen. Hm. Tatsache. Eine Art Beyblade-Kram. Bis gleich. Naja, gut. Für Quatsch aus dem Kinderüberraschungsei gar nicht so übel. Aber so richtig verstehe ich nicht, was das Zeug jetzt da drin soll. Vor allen Dingen, ich hatte wirklich an frühlingshaftere Sachen gedacht. Wobei, immerhin, irgendwas kann man damit anfangen. Naja, mit Mühe und Not halt. Fürs Geld nicht zu schlecht. Kommen wir zur nächsten Version. Das ist ein bisschen ein Quatsch. Das fällt auch noch zu der Ball runter. Das war ja wieder klar. Egal. Es gibt nämlich dieses Jahr, weil ja Fußball Weltmeisterschaft ist und generell Fußball offensichtlich toll ist, gibt es Weltmeister-Eier. Naja, zumindest irgendeine Serie, die irgendwas vage mit Fußball zu tun haben soll. Sie hat auch, damit man sie erkennen kann, hinten drauf eine Fan-Connection. Ein Fan-Connection-Symbol drauf. Keine Ahnung, was das genau ist. Ich glaube, es hat irgendwelche Codes in der Packung, die man dann wieder online einlösen kann. Wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Figur drin und nicht mal irgendwelcher Spielkram. Was ist denn das? Ich glaube, sowas habe ich schon mal gesehen in den Überraschungs-Ei. Ein Motorrad, das hat sehr viel mit Fußball zu tun. Hm. Aber vielleicht... Ist das aufziehbar? Ne, es hat nur eine Schwungscheibe. Hoi! Oh ja. Es fällt ein bisschen ruckelig. Was sollen wir denn jetzt damit hier? Was ist das? Ah ja, man kann es noch mit Stickern bekleben. Können wir noch lassen. Und hier aber ein sehr klein zusammengeknülltes Teil. Ein Flyer. Ja, ja, das ist ein Motorrad. Ja, es funktioniert alles ganz super. Offizielles Honda-Lizenzprodukt. Jetzt schlagen sie aber wirklich um sich mit Lizenzprodukten. Bayblade, Honda. Alles, was das Kinderherz begehrt. Finde ich toll. Und was ist jetzt mit dieser Fußballgeschichte? Finde ich toll. Muss ich nochmal nachlesen. Hier ist jeweils nichts weiter drauf. Und ihr meint doch jetzt nicht, dass man dieses Verpackungsfilmchen hier... Wo ist es überhaupt? Dass man das aufheben soll, oder? Ich kann das jetzt ausschneiden und dann... Hm. Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Naja. Oder soll man hier noch... Noch ein Torjäger-Ei. Torjäger, genau. Nicht Weltmeister. Auch wieder mit dem Ding hinten drauf. Na, was kriegen wir jetzt? Barbie-Lizenzprodukt. Nein. Was ist das? Ist das jetzt eine Art... Oh, das ist tatsächlich mal eine Art Figur, aber... Hä? Ach, das ist ja wieder alles so kompliziert hier. Angry Birds vielleicht? Ne, die sehen irgendwie anders aus. Ach, das ist aber noch. Hm. Okay. Es dudelt, wenn man es dreht. Cartoons! Okay, aber kein offizielles Lizenzprodukt. Gott sei Dank. Ha. Und... Und wie soll das jetzt gemeint sein hier? Wie genau? Aha. Das Ding. Da drauf. Na, das gehen wir gerade noch hin. Ich denke, jetzt soll es... Wattis? Ich dachte, es soll switchern, wenn man es dreht oder so. Das tut es doch gar nicht. Nicht wirklich. Äh? Okay? Naja, das funktioniert nicht wirklich. Ich kann das jetzt hier nur so verstehen. Wenn man es dreht, soll irgendwas an Lärm rauskommen. Hm. So ein Schrott. Ja, ganz klar. Das funktioniert irgendwie nicht richtig. Sehr schade. Aber irgendwie für Kinderüberraschung doch zu erwarten. So, und jetzt haben wir das ganz besondere Lieblingsteil. Und zwar... Kinderüberraschung für Mädchen. Woran man das erkennt? An der blöden rosa Folie. Was auch sonst. Hat übrigens auch Fan-Connection drauf, was ja eigentlich komisch ist. Denn Mädchen mögen ja keinen Fußball. Nicht wahr, Ferrero? Deswegen habt ihr ja auch separate... Kinderüberraschung für Mädchen. Weil Mädchen interessieren sich nicht für all den Kram, den ich gerade ausgepackt habe. Wie zum Beispiel zwitschernende Vögel, wenn sie dann zwitschern. Oder Motorräder. Oder Kreisel. Oder weiß der Däubel. Nein, die wollen Barbie. Barbie und nichts anderes. Es tut mir leid, ich werde jetzt etwas lauter. Aber Ferrero, ich mag keine genderabhängigen Überraschungseier. Ich finde das albern. Ich finde das wirklich albern. Und ich bin mir sicher, es hat wirklich keiner drum gebeten. Da ist die Überraschung irgendwie weg, wenn ich weiß, dass es sowieso nur ein Püppchen ist. Wenn es ein Püppchen ist. Oder ein rosa Puzzle. Oder ein Mickey Mouse. Oder sonst was. Das ist albern. Das funktioniert nicht. Aber ja, ich habe halt auch welche davon mitgebracht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da jetzt ein Rennauto drin ist. Weil, ich habe schon gehört, dass Ferrero da nicht so genau ist im Verpacken von genderabhängigen Überraschungen. Oh nein. Da packen sie dann schon mal dasselbe rein, was in den normalen Überraschungsanlagen auch drauf ist. Hauptsache, da steht viel Mädchen drauf. Was ist gar nicht cool, da war ein rosa Folie. Oh, ich glaube, wir haben Pech. Ist das Hello Kitty oder sowas? Lizenzprodu... Oh Gott. Hä? Was? Hat das ein Barometer drin? Ja, das ist lustig. Und so bunt. Oh, kein offizielles Lizenzprodukt. Hm. Was soll das jetzt darstellen? Äh? Aha. Ja gut, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wie funktioniert das? Ach, das ist ja toll. Wonach geht das? Äh? Ja gut. Es soll regnen? Oder wolkig? Momentan ist es wolkig, aber größtenteils scheint die Sonne. Also irgendwie, entweder verstehe ich das jetzt nicht richtig, oder es geht einfach nur danach, wo... was das erste Symbol war, was ich beim reinstecken hatte. Nö, offensichtlich... Doch. Ach, Leute. Das hat ja noch nicht mal irgendwas damit zu tun, wie das Wetter ist. Hätte es ja auch gar nicht können. Das ist ja nur unbedingt Plastikzeug. Barometer ist das nicht. Gut. Also für Mädchen weiß ich jetzt auch nicht. Ist das irgendwie was Besonderes? Hm. Eher nicht. Deswegen habe ich noch ein zweites. Dasselbe nochmal, nur in einer anderen Farbe. Ach ja. Oh, süß! Sorry dafür. Äh, ja. Ist hier noch dasselbe, nur in grün. Das gleiche in grün sozusagen. Ja, auch hier schallt manchmal die Sonne und es regnet. Na, ist ja toll. So, das soll uns jetzt gar nicht weiter interessieren. Was für eine, ja... Steilvorlage hat Ferreiro mir da wieder geboten. Ehrlich jetzt. Bevor wir zur Operation am offenen Hasen kommen. Kinderüberraschung Maxi. Mit einem blödguckenden Schaf drauf. Aber, was macht das? Smalten Eye an, ohne hinzugucken? Ja, so sieht das bestimmt nicht gut aus. Keine Fußballanteile hier. Dafür 100% anteiliger. Essbarer Anteil der Schokolade. Da bin ich aber sehr beruhigt. Nein, 100 Gramm. Das war ein Anteil, nicht 100%. Ist ja irgendwie logisch, oder? Ein Monster-Ei. Andere Verpackung übrigens. Kein klapperer Deckel. War wahrscheinlich nicht so praktisch. Ist doch irgendwie auf. Vielleicht ist ja mal kein Puzzle drin. Oh nein. Aber was ist es? Das sieht zumindest irgendwie frühlingshaft aus. In vager Art. So, was ist denn das jetzt hier? Aha. Magic Kinder.com. Das sieht gar nicht mal komplett falsch aus. Was soll das darstellen? Wofür ist das gut? Ach, eine Art Untersetzer mit Halter. Das ist ja niedlich. Warum? Nee, gar nicht wahr. Das sind Zeichenschablonen. Genau. Das ist nicht verkehrt. Ich mach mal einen Jumpcut. Na, das hätte schlimmer sein können. Es ist gut nummeriert, dass man gut weiß, wie es zusammenzubauen ist. Das kann jedes Kind. Wortwörtlich. Und, hey, damit kann man leben. Es hat sogar irgendwie was Frühlingshaftes. Warum nicht? Und der Vorschuss ist ja auch ganz niedlich. Und ein kleines Kind wird damit zumindest ein paar Minuten spielen können, ohne dass es die ganze Zeit schreit. Das ist ein Anfang. Darüber können wir reden. Immerhin besser als ein blödes Puzzle, nicht wahr? Ob da nun Monster drauf sind oder nicht. Das hat wenigstens irgendwas. Schöne Sache. Dann wollen wir mal zur feierlichen Exekution dieses Hasens schreiten. Und sieht er nicht doof aus. Ja, er sieht doof aus. Aber viel wichtiger, er hat ein Kinderüberraschungsei im Bauch. Ein Vollmilchschokoladen-Hohlkörper mit Milchcreme. 350 Prozent. Jawohl. Ein Hellspielzeug. Achtung. Ach, wer hätte das erwartet. Ja, das ist gut. Mal sehen. Sorry. Oh, Mann. Was haben wir denn da? Oh. Hm. Was ist das denn? Okay. Sehr bunt. Ein Kreisel. Das ist immer ganz was Neues. Das wäre mir ja nun gar nicht aufgefallen. Und zwar, ein Kreisel, mit dem man malen kann. Sieht fast so aus. Okay. Oh, was ist das? Aha. Ja, okay. Das verstehe ich jetzt nur halb. Wie meinen? Also, von sich aus malen, tut der wohl nicht, oder? Diese bunten Quatschen lasse ich doch mal weg. So, ihr wollt, dass ich das so zusammen löte. Okay. Machen wir. Und dann stecken wir es auf den Kreisel. Okay. Und dann? Der sieht doch ganz anders aus. Hm. Okay. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Also. Bin ich jetzt bescheuert, oder malt der nicht? Aber das kann er ja auch gar nicht. Er besteht nur aus Plastik. Ausschließlich. Da malt nichts. Hm. Das ist eine sehr merkwürdige Vorstellung, die er jetzt liefert. Das ist ja alles Kunststoff. Da ist kein Stift drin. Da kommt auch kein Stift rein. Das sieht irgendwie anders aus, als auf dem Papier. Und zwar völlig. Hier sieht es aus, als ob so eine Art Wachsmaler da drin ist. Aber. Keine Ahnung. Wirklich. Kein Plan. Der arme Hase, er musste umsonst sterben. Das ist wirklich furchtbar. Aber ich kann es nun mal nicht mehr ändern. Wenn man sich so präsentiert zu Ostern. Mit einem Ei im Bauch. Dann wird man wohl seziert. Es ist alles im Dienste der Wissenschaft. Nicht wahr? Da kann keiner was gegen sagen. Es war natürlich auch ein Stunthase. Keine Sorge. Hier ist kein Hase zu Schaden gekommen. Nur nicht mal einer aus Schokolade. Jawohl. In diesem Sinne. Frohe Ostern. Dicke Eier. Kriegt nicht so einen Schrott, wie ich hier ausgepackt habe. Und vergiftet euch nicht an der ganze Schokolade, die unweigerlich damit zusammenhängt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.